Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Goss und Stellidax heute am Mittwoch, dem 11. April 2018. Wir blicken gemeinsam auf den heutigen Dax-Handelszakt zurück. Dieser verlor 0,83% oder etwas mehr als 100 Punkte. Nachdem wir nun gestern in der Spitze bei 12.428 Punkte notierten und somit meine Maximalkursziel von 12.450 Punkten ja wirklich sehr, sehr nah gekommen waren, betonte ich ja, dass ich nun aus dem bullischen Lager mich wieder distanziere und eher aktuell eine sogenannte Kurskonsolidierung präferiere. Und ja, in der Tat ist der erste Rückschritt Dämpfer nun auch für den deutschen Aktien der ist eingetroffen. Heute haben noch 20 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll in den USA. Das heißt, wieder die Richtungen.